Sie haben doch eh nicht alle. Mich habe ich jetzt. Sie habe ich, ja. Wollen Sie was sagen? Nö, nö. Aber Sie filmen mich gerade. Das ist eine öffentliche Veranstaltung, Sie sehen, dass ich filme und damit sind Sie damit einverstanden. Nein, nein. Sie können aber aus dem Bild gehen. Sie sind auch nicht von der Presse. Natürlich bin ich von der Presse. Nein, nein. Sie haben aber kein Recht, mein Bild ohne meine Zustimmung zu veröffentlichen. Doch, das darf ich, weil Sie wissen, dass ich filme. Diese Zustimmung entziehe ich Ihnen hier mit. Dann müssen Sie aus dem Bild gehen. Nein, muss ich nicht. Doch. Nein, muss ich nicht. Und wenn Sie das veröffentlichen, werde ich es einem Anwalt mitteilen. Okay, warum? Nehmen Sie an dieser Veranstaltung teil oder nicht? Ich stehe hier. Nehmen Sie an der Veranstaltung teil oder nicht? Ich stehe hier und Sie filmen mich und ich habe mein Recht, arbeiten nicht. Ich diskutiere das jetzt nicht weiter mit Ihnen. Nehmen Sie an der Veranstaltung teil oder nicht? Sind Sie privat hier oder sind Sie Teilnehmer? Ich stehe hier an einer öffentlichen Halbestelle und Sie filmen mich. Und Sie behindern die Arbeit der Presse? Sie können ja aus dem Weg gehen. Ja, mache ich. Geht. Bitte? Das sollte ich defensiver machen.